Ein Schaf und ein legendärer Kampf, das ist Yuzuke gegen Schaaf! Hallo liebe Leute, ich bin Sida, 1998 der Phönix und heute sind wir bei einer kleinen Mini-Parodie, sag ich jetzt mal. Wir machen ein Kämpchen, sag ich jetzt mal. Wir haben nun, naja, wir sind gerade auf unserem Online-Server und, naja, nun geht es los. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.